Herzlich Willkommen zum Taron Review. Ja, Taron ist der neue Multi-Launch-Toaster, der 2016 im Phantasialand eröffnet hat. Ja, Taron wurde nun natürlich schon vor der Eröffnung so in den Himmel geheilt von vielen Leuten, was echt nicht normal war, ey. Du hast auf jeder Internetseite, hast du fünf Minuten mal gesehen, ja, im Knochen eröffnet beim Essen gesehen, Junge, Taron, Galle, Achtelmann, Phantasialmann, oh mein Gott, Junge, das hat mich so genervt, das war echt nicht normal. Und das geht ja heute auch noch weiter, denn, ja klar, Taron ist eine geile Bahn, das kann ich jetzt schon mal sagen, aber die Leute feiern die Bahn sowas von, wobei es wirklich einige Kritikpunkte gibt, die ich noch habe, was viele jetzt überraschen wird, aber dazu später mehr. Ja, Taron wurde in der gigantischen Themenwelt Klugheim 2016 halt eröffnet, zusammen mit dem Family Boomerang Raik, der echt fast gar nicht beachtet wird, obwohl es der schnellste Family Boomerang der Welt ist, was man auch mal sagen sollte. Und steht natürlich im Schatten von Taron, eine Multi-Launch-Kopster, Digger. Geht auf Raik, Raik ist auch cool. Aber, das ist ja nicht das Lügel zu Raik, sondern zu Taron, also weiter. Und wenn du auch schon auf dem Weg von Berlin und Mexiko, ist halt dieser Weg da, nur schon da lang gehst, dann siehst du, kannst du ja schon auf Klugheim herunterblick. Und dann siehst du halt diese schwarze Schiene, was sich halt durch diesen Basaltfels da durchfrisst, was aber auf dieser hässlichen braunen Erde steht. Das finde ich wirklich nicht schön. Ganz ehrlich, das braucht schon mal echt einen negativen Eindruck, meiner Meinung nach. Wenn man aber aus China nach Klugheim reinkommt, das sieht wirklich super gut thematisiert aus. Und auch so hätte ich mir das auch wirklich vorgestellt, mit diesen ganzen Details und Gebäuden, so wie auch dieser Marktplatz. Der sieht wirklich richtig cool aus, meiner Meinung nach. Aber, ja, auf der Rest der Strecke hast du halt diese braune Erde, das mich echt wirklich stört. Wobei du halt teilweise halt auch an diesem Dorfplatz vorbeifährst, durch Gebäude durch, mit jedem Nebeseffekt. Aber das gehört sofort und da komme ich später noch zu. Dann gehst du halt über diese Brücke noch Klugheim rein, Richtung dem Eingang von Tauron. Und dann hast du halt dieses Gebäude, da ist oben dieser Tauron Schriftzug drüber. Das sieht schon echt schön aus, da habe ich nichts dran aussetzen. Und dann kommst du halt in den Wartebereich. Und, ja, der Wartebereich ist nicht die völlige Katastrophe, aber es gibt wirklich ein paar bessere Wartebreiche, zum Beispiel der von der Black Mamba, den ich sehr mag, und auch der von Mystery Castle, den ich über alles abfeiere, der ist richtig gut geworden. Besonders echt hässlich an dem Wartebereich finde ich dann später, wenn du auf diesen großen Platz da kommst, und halt diese typische Gatteoptik hast. Und dann ist auch noch dieser esslige Garten da an der Wand mit den Pflanzen. Der sieht echt wirklich richtig scheiße aus, ganz ehrlich. Der ist potthässlich. Aber Gott sei Dank stehst du da meistens nicht lange, wenn es nicht berechend voll ist. Und irgendwann kommst du dann auch in diese Station, die von außen wirklich schon mal wirklich richtig geil aussieht. super schön tonatisiert. Und von innen auch immer wirklich richtig cool wirkt, wo du halt auch nochmal ein... Also später spaltet sich das halt einmal für die erste Reihe, wo du halt noch dementsprechend länger anstehen musst, und für die zweite bis... Ich weiß es gar nicht mehr. Reihe. Beschleunigt wird man dann während der Fahrt von zwei LSM-Louches, die ordentlich drücken. Das war also wirklich so der intensivste Launch, den ich erlebte. Ja, kann man so sagen. Viele Leute werden auch sagen, dass die Fahrt nicht gut ist, weil sie nur 30 Meter hoch ist oder weil sie keine Invasion hat. Aber an meiner Meinung nach braucht es das beide Waren auch gar nicht. Du halt bitte die Invasion. Und 30 Meter reichen völlig aus. Das... Ja. Ich hab da nichts dran auszutzen. Und da Zahlen, Daten und Fakten sind nicht alles. Boah. Beiden Launches sind auch noch durch Soundeffekte untermalt. Besonders der zweite. Der klingt so... Ich... Ihr merkt schon, ich hab dafür keine Worte mehr. Der hört sich echt pornös an. Boah. Da hab ich jedes Mal Gänsehaut. An manchen Stellen hast du sogar wirklich krasse Ejector-Adder. Besonders nach dem ersten Tophead, nach dem ersten Launch. Wo du wirklich ordentlich aus dem Zug gehoben wirst. Aus dem Zug gehoben wirst. Was wirklich echt krass ist. Hätte ich nicht erwarten. Tabor-Musitzer auch einige S-Kurven. Wenn du jetzt nicht weißt, was S-Kurven sind. Das kann man sich eigentlich selbst denken. Haben halt... Das sind halt die öffentliche Kurven, die die Form von einem S haben. Also links, rechts oder rechts, links. Wie auch immer. Aber bei Tabor stehen ganz klar die Minimisseffekte im Vordergrund. Denn, wie gesagt, fährst du wirklich teilweise so knapp an den ganzen Basaltfelsen vorbei. Oder auch durch Gebäude. Was... Du denkst dir halt wirklich, du knallst dagegen. Das ist wirklich cool, meiner Meinung nach. Auch, und vordergrundschämtheit haben natürlich die Umschwungel, die wirklich auch echt intensiv sind. Und teilweise auch viele Inversionen wirken, da... Wie gesagt, es braucht keine Inversionen, meiner Meinung nach. Meine persönliche Lieblingsfälle ist der Teil nach dem zweiten Launch. Du hast halt deine Höchstgeschwindigkeit von 170 kmh drauf. Und fährst so knapp an der Felswand hoch. Das hat auch so Wasser verleckt, so Wasser ins Gesicht. Du hast dann dann oben diese S-Kurve, die halt am höchsten Punkt von 30 Metern sind. Das fährt sich wirklich richtig cool. Also es macht wirklich ordentlich Bock, meiner Meinung nach. Viele Leute werden jetzt sagen, ja, toll, geile Bahn, super, bist du bei mir schon safe. Ja, gut, meiner Meinung nach ist es auch eine der besten Bahnen Deutschlands. Jedoch habe ich tatsächlich einiges an... also einiges, ein paar Kritikpunkte an der Bahn. Und diese sind wahrscheinlich dann zum Thema Thematisierung. Denn wie gesagt, hast du halt diese hässlige braune Erde, wo du halt oben runter guckst, guckst von Mexiko, schrägstich Berlin vor dem Weg aus, guckst dann runter, hast du diese schwarze Schienknolle, was auf den schwarzen Ehren steht. Nicht schwarz-braune, meine ich. Und auch zum Thema Wartebereich, dieser schon erwähnte Platz, der einfach so hässlich ist mit dem Garten. Und es ist echt... warum, Vater, also warum tut ihr uns das an? Warum, was mich auch echt überrascht hat, dass Tarot an einer Stelle sogar schlägt. Das ist echt sehr ungewöhnlich bei so einer Meinung. Schreibt mir auf jeden Fall unbedingt mal in die Kommentare, was ihr über Tarot denkt. Schaut mal, was es sonst auf dem Kanal gibt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Liked dieses Video, abonniert, wie ihr es noch nicht getan habt. Bis dann, ciao.